Warte, du kriegst du da was von mir? Was war das? Ah! Pack ich da bei... Ah ok, da hatte ich jetzt diesen... Was bringt der eigentlich? Ach so, da kann man Magic Charts irgendwie herausbringen. Aus irgendwas. Warte mal, das muss ich jetzt mal probieren. Aus natürlichen Gegenständen. Hä? Wie wendest du denn so einen Spruch an? Äh, du siehst, wenn du... Warte mal. Ich brauche irgendein Tier. Oh Gott, ich bin lahm. Warte kurz. Ach! Ne, hier! Einfach auf so einen Stein gucken, äh... Ok. Linke Maustaste und dann immer E. Ne, obwohl, das macht ihr auch alleine. Einfach nur wie, wie Farmen. Ja. Cool. Krasser Scheiß. Zurück in die Stadt anlocken. Hä? Ja, so können wir, äh, die ganzen Sachen formen. Ja, ich will jetzt... Ich muss jetzt den Blitz hier ausprobieren. Was? Was für ein Ding? Den Blitz. So. Ähm. Scheinbar geht's nur mit Stein. Ja, kein Wunder, dass ich damit... Ne, mit Holz auch. Krass. Kein Wunder, dass ich damit nicht, äh, die Schafe töten konnte. Ja. Oder den Greif. Kann man auch. Den kann man ja nicht abbauen. Ja. Ja. Gibt's hier irgendwas... Virtuelles Fundament? Virtuale Bausachen hab ich hier grad. Virtual? Die ich lernen kann. Ok. Hast du die auch schon? Hm, glaub ich nicht. Ich glaub, dass mich Farmen irgendwann wieder überholt. Nee. Ich bin jetzt Level 25. Ja, ich auch. Und ich kann immer noch keine anderen Sachen im Dings bauen. Keine Ahnung. Krass. Wie viel magische Trümmer ich hier rausziehe, ist krass. Ja, die braucht man eh für die Sachen hier zum Bauen, für die anderen Waffen. Muss auch irgendwo ein Tier herumlaufen, das gibt's doch nicht. Born scheinbar sehr mager nach. Ach, wir sollten vielleicht auch noch ein Dach fertig bauen. Ja, das wär gut. Cool, da kannst du so per Mausklick, äh, Farmen gehen. Das find ich gut. Hm. Okay, dann sollte ich mal gucken, ob ich noch ne Kiste hin kriege. Und dann die Magic Charts da reinpacken. Ja. Kann ich da ordentlich Farmen gehen? Okay, dann sollte ich mal gucken, ob ich noch ne Kiste hin kriege. Ah, die virtuellen Sachen, krass. Die werden aus den Magic Charts gebaut. Was baut man da draus? Vielleicht schaltest du die auch nur frei, weil du so und so viele Magic Charts abgebaut hast, weißt du? Das kann sein. Und vielleicht hab ich die, die, die... Ja, erzähl weiter. Vielleicht hab ich die Sachen freigeschaltet, weil ich halt mehr mit den Magic Dings da gemacht hab. Das kann sein, ja. Ich hab jetzt Feuerbälle gecraftet. Feuerbälle hast du jetzt gecraftet? Ja. Einen zumindest. Brauch ich da ganz viele, wenn ich... Nein, da brauchst du einen und der hat eine Ablaufzeit. Du kannst den in deinen Zauberstab reinsetzen. Ach ne Haltbarkeit. Und dann kannst du, so wie ich vorhin, kannst du dir die Viecher einfach abfackeln. Okay. Oh, hier vorne ist irgendwas komisches. Das sieht cool aus. Kommst du mal hoch? Warte, ich muss erstmal hier was wegpacken. Das sieht aus wie so, weiß ich nicht, ein buckliges Krokodil. Oha. Erstmal alles in die Kiste packen, was ich nicht mitnehmen möchte. Können wir in einen Schlafsack spawnen? Das weiß ich nicht. So, wo bist du denn? Hier oben. Oben oben. Ach oben. Ach, was ist das denn? Ja, genau das. Pass auf Scheiß. Ich teste das hier mal. Hast du deinen Zauberstab mit? Ja. Ja. Das sieht echt übel aus. Der sieht stark aus. Ein Wild Kibo. Er ist tot? Ja. Ach du Scheiße, guck mal was da vom Berg aus kommt. Wo? Deine besten Freunde scheinbar. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ach du Kacke. Ich hab mich überrollt, die Sau. Ich muss mich erstmal heilen. Ist die noch hinter mir? Scheiße. Ach du Kacke. Jetzt. Ach so. Oh. Erde Elemental. Earth Elemental. Was kann man dagegen tun? Ich weiß es nicht. Es sind Steine. Da bringt Blitz glaube ich nicht viel. Ich hab 80 Schaden gemacht. Ich auch. Wer da gleich mal gucken will. Alter. Ich komm nie da angerannt. Oh. Jetzt kann ich Brigitte mitnehmen. Kannst du? Ja. Oh. Hier unten ist ja so ein Gollum. Oh Gott. Geh weg eh. Gollum. Gollum. Naja kein Gollum, sondern ein Elemental. Scheiße. Die Buh sind jetzt alle hier beim Haus rum. Ich glaub das Haus kann nicht sein. Das haben wir gleich vergessen. Ach. Spreng die Klippe runter. Zieh die hier aus und spring da runter. Ach krass. Warte mal. Das nehm ich mal mit. Was hab ich denn jetzt gedrückt? Fertig hast du. Ich hab hier diese Craftable Cobb Web of Crystal Ball. Damit kann ich die in einem Schwerelosigkeitsball scheinbar reinpacken. Ich weiss nicht wie ich das benutze. Ihr seht mich nicht. Geht weg. Äh pass auf die sind hier noch vorne ne. Ja. Muss mir ne Leiche wiederholen. Feuer macht weniger Schaden. Ja ich hab's grad gesehen. Aber ich kann jetzt schlecht. Aaaaaah. Umändern. Während er hier hinter mir her ist. Tick zack. Gibt's da ne Taste für Take the All? Ja. Wo? Achso ne Taste. Ne. Take the All. Hä? Wieso nicht mehr richtig ist. Äh. Er ist immer noch hinter mir her. Ah der ist ja so schnell. Aber er braucht eine Zeit bis er angreifen kann. Ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Wo ist er denn jetzt hingerollt? Ach da hinten. Hahaha. Arschloch. Hast du gedacht ne. Dass du mich nochmal kriegst. Dann packen wir mal den Blitz wieder rauf. Aber das mit dem ähm. Mit der Schwerelosigkeit verstehe ich jetzt nicht so. Läuft der da unten rum. Den will ich töten. Läuft der da unten rum. So, und noch ein Versuch. Konntest du den anderen abbauen, Nehmeber? Abbauen? Wen sollte ich abbauen können? Den, den, dieses Viech, was wir da getötet haben, bevor die ankamen. Überleg gerade, was ich jetzt mit dem Vieh da vorne mache, mit den Steinen, elementar. Oder Erdelementar. Alter, der haut mich und die bleibt hier stehen, ey. Alter, geh weg, Mann. Deine sind mein bester Freund. Bruder, Bruder. Scheiße. Lock ich den doch wieder hoch. Ich hab den Dicken abgebaut. Und? Irgendwas rausgekriegt? Ja, Leder. Flash. Scheiße, ich bin am Arsch. Kann nicht mehr lange laufen. Kannst du mir irgendwie helfen, Frank? Ähm. Ich hab grad was anderes riskiert. Ich sterb hier gleich. Ich bin tot. Der ist nur Level 16. Der andere ist noch weniger. Ja, ich hab ihn getötet. Fuck. Was ist das? Oh Mann. Jetzt seh ich nicht mehr so cool aus. Kannst du ja das Ding wiederholen. Ja, ich hoffe. Du müsstest den töten, damit ich da wieder ran darf. Geht's jetzt keinen schnelleren Weg da hoch. Kann den Kochtopf jetzt bauen. Super. Toll. Ach, ich glaube, das geht danach, was man abbaut und alles. Hab ich vorhin gesehen, diese... Wo ich dachte, das wären Aufgaben. Okay. Wo du irgendwie was im Campfire braten sollst und was alles. Und damit schaltest du scheinbar die ganzen Sachen hier frei. Ich baue hier grad Erdelementare auf. Hast du den eingetötet, ja? Ja. Bin grad auf dem Weg, äh, zu meiner Leiche, aber ich komm hier nicht hoch. Ist ja super. Jetzt hab ich neun Erdelementarkerne. Aha. Wieso komm ich denn hier den Abhang nicht hoch? Das ist nix hier. Das ist ein Furz. Ein Furz im Bind und die kommt nie hoch. Ja, das haben sie eh in den Kommentaren auch geschrieben. Die Map ist nicht optimiert. Da sind oft Hindernisse, die nicht da sein sollen. Ach, der läuft da immer noch rum, der Dicke. Und ich hab nix, womit ich kämpfen kann. Ich komm zu dir, okay? Ja. Ich muss nur kurz etwas loswerden. Muss jetzt erstmal gucken, wo meine Leiche ist. Stein brauchen wir eh nicht unbedingt gerade. Äh, jetzt häng ich hier schon wieder fest. Was ist denn das? Och, Manu! Sag mal, jetzt geh ich wieder runter hier. Vor der mich angreift. Ich weiß nämlich nicht, wie weit seine Range geht. Nicht sehr weit. Also du kannst ruhig, du kannst ruhig fünf Meter zu ihm hin. Ach, ich seh das rote Licht. Er ist weggegangen von meiner Leiche. Juhu. Bin ich das rote Licht? Nee. Okay. Verdammt. Ich hab Pech, wenn er wieder zurückkommt. Wo ist er überhaupt? So, take all. Wo ist er denn? Der läuft am Abhang rum. Ah, da drüben. Der ist eh so weit weg. Na, so weit ist es nicht. Doch. Na gut. Hä, ich hab doch die Rüstung gerade angezogen. Hä? Hä? Ach so, warte mal. Hast du sicher der Leiche angezogen. Ja. Ja, scheinbar. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Das war bei Arca auch früher so. Ach man, ey. Ich wundere mich so, hä, wieso lösen die jetzt so in dem Chirt rum? Oh. So, der ausgestattet. Wer ist denn den anderen getötet? Einfach, äh, mit der Ding draufgeschaut. Ich hab so, er hab mich wo hingestellt, wo er mich nicht hinkonnte und dann hab ich ihn getötet. Wo wäre das denn, wo er nicht hinkommt? Auf dem Stein? Ich hab mich so auf den Berg, wo die Schräge schon zu schräg war für ihn, hab mich draufgestellt und da hab ich runtergeschossen. Du, gemeines Ding, dann mach das mit dem anderen bitte auch. So, der ist ja eh soweit unten jetzt. Aber trotzdem, die können irgendwann wieder zurückwandern. Ja, dann töte ich sie. Dann hab ich vielleicht noch eine stärkere Waffe. Es regnet, wir haben noch immer kein Dach. Wo bist du jetzt hin? Von wegen, von wegen du tötest ihn. Ja, ich hab gesagt später. Aber gut, ich töte ihn. Moment. Damit Dori ruhig schlafen kann. Muss ich ein Leben auslöschen? Oh oh, ich sterbe jetzt. Ja, warum machst du das auf eigene Faust? Weil ich gut bin. Ich hab's für mich überlebt. Ja. Er war auch... Und er kommt mir nicht hinterher, scheinbar. Wo ist er denn? Ist der, ist der mir gefolgt? Weiß nicht, wo bist du? Da unten bist du? Ich bin hier runtergerutscht. Und wo ist er? Keine Ahnung, der war eben nach oben. Hier oben bin ich. Hängt der jetzt irgendwo... Ach, der hängt hier fest. Wo? Bei dir unten? Ja, der hängt hier an der Zwischenfest. Ich. Jetzt kommt er runter langsam. Oh, ich hab endlich das freigeschalten. Ich hab ihn getötet. Ja, ich hab auch von unten geschossen. Jetzt kommen wir da leider nicht ran. Kannst du da runterrutschen? Oh, Vorsicht. Das war jetzt sehr wagemutig. Oh, kein Schaben. Ähm, so. Und? Was Gutes rausbekommen? Magische Trümmer momentan. Stehen. Light Magic, rank zu. Man, oh. Ja, so langsam kommt man rein ins Spiel. Auch wenn man hier immer noch nicht überall hochkommt. Habt ihr raus? Oh, okay. Oha. Und ich hab keine, keine, keine magische Waffe mehr. Oh, warum? Weil es jetzt schon aufgebraucht ist. Ich muss wieder neue reparieren. Ach so. Ach so. Ich hab wieder, äh, 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 Schießpulver und Schwefel. Ich lauf mal zum Haus hoch. Ich weiß schon, warum es hier Wege gibt, weil man die, die, die Klippen nicht hochkommt. Ja. Aus keinem anderen Grund. Ja. Vielleicht solltest du für Brigitte auch noch einen Unterstand basteln. Ach. Ja, die steht sonst so frei rum. Ja. Oder du stellst sie in den Palast. Ich miete hier was, hä? Nee, du kannst sie einfach nur reinstellen. Da sollte sie ja eigentlich relativ sicher sein. Ach, die ist hier auch sicher. Ach, das Scheiße, zum Reparieren braucht man ja viel. Von was? Von dem, äh, Blitz. Das kann, hm, naja, so viel brauchst du nicht. Ich muss jetzt hier mal in den Mörser, muss ich mal hoffenweise, äh, Schwefel gedönst sparen. Ja, das brauch ich dann auch noch. Ja. Aber ich kann das immer noch nicht basteln, glaub ich. Nee, bei mir ist nur grüner Tee drin. Okay. Ähm, den ganzen Stein, was du eingesteckt hast, bitte gleich in den Mörser reinschmeißen. Fürzen. Ja. Was ist Stein, Holz, Kohle? Hm, da kommt mir. Haben wir... Eine Kiste mit verschiedenes? Ähm, hier und da, ja. Was? Mir kommt immer drauf an. Also manchmal habe ich das noch ein bisschen durcheinandergewürfelt. Okay, Erze, da tue ich die Erdelementare rein. Ja. Um das ging's mir eigentlich. Ich pack dir noch meine restlichen Steine da rein. Oh, ich hab' ein Glasfläschchen angelockt. Angelockt? Angelockt. Ich hab' ein Glasfläschchen angelockt. Was? Was? Sicher? Nee. Okay, Objekt fallen lassen. So, nehmt ihr den. Gut, dann reparieren. Gut, dann reparieren. Ich hab' ein Glasfläschchen. Wie bei Art. Ja. Das ist das Ceiling? Brauche ich... Oh, Seil und Holz. Okay, ich mach mal jetzt das Dach. Okay. So, ich schau' mal, was kann ich denn überhaupt alles noch bauen? Arbeitsbank? Oh, da brauchen wir den Ofen zuerst. Oder hast du schon eine Schmiede irgendwie in Anbetracht gezogen? Äh... Bisher noch nicht. Also, du kannst die gern bauen. Okay, dann. Holz, Seil, Steine, Lieder. Was fehlt mir? Bisschen Holz, bisschen Seil, Steine. Ich hab'n Eisendolch freigeschaltet. Aha. Das heißt... Eisendolch? Eisendolch, ja. Wie ich auch einfach keine Steinspitzhacke gebaut hab. Ich hab' nur die Axt hier am drauf mit dir rum. Hey! Ja. Hast du die Steinspitzhacke? Ja. So. Finde ich eigentlich ganz gut so mit dem Fenster. So. Wir haben eine Schmiede. Yay! Was macht man da rein? Ähm... Da kann man die Barren machen. Ton, Kupfer und Eisenbahn. Was packen wir rein? Ähm... Was brauchen wir dafür? Das liegt gar nicht drin. Für Kupfererz brauchen wir oder Eisenerz. Oder für Ton brauchen wir Stein. Ja, dann können wir die Erze erstmal reinpacken, wa? Ja. So. Jetzt alles, was wir haben. Okay. Ich lass' das mal herstellen hier. Haha. Kann man eigentlich auch irgendwie die Ego-Perspektive wechseln? Habe ich noch nicht versucht. Escape-Optionen. E-Bindings. Ach! Mit der Plus-Taste auf dem Ziffernblock kommst du in das, ähm... So wie bei Arc. Dass du da die Sheets eingeben kannst und so. Ach, Enter ist genau derselbe Chat. Haha. Ach, ja. Ach, wie, äh... Die... 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 Die Feiltasten... Die Feiltasten sind einfach nur zu gucken. Also du könntest quasi mit WASD und Feiltasten die ganze Zeit, äh... umgucken und laufen. Aber man braucht keine Maus mehr? Cool. Oh, mit Entfernen machst du das Overlay weg, aber dafür hast du dann... Eine Zahl-Location. All Passive of K. Ach, Lachen mit Punkt. Wie sie sich ablacht. Leute. Da weiß ich jetzt nicht. Was das ist. Oh. Äh... Jetzt folgt sie mir. Mit N also FOLLOW im ganzen Bereich. Ja. Aber wie kann ich sie wieder abgreifen? Ich schau grad. Äh... M. Ne, geht bei mir nicht. Warte. Ah, dazu muss ich sie angucken. Ja. Ach, was ist das denn? Ach, wenn du C gedrückt hältst, kannst du die Quickslots ersetzen, sozusagen. Also, dann kannst du das da auf dem Quickslot auswählen. Okay. T ist der Talk-Chat. Hallo, hallo, hallo. Mhm. Äh, mit L kannst du irgendwas machen? L? Irgendeine Position. Siehst du da was, wenn ich da hinklicke vor uns? Warte mal kurz. Ach, ne, das Pferd will dann dahin, scheinbar. Okay. K ist auch ein Pfeifen. J ist ein Pfeifen. Okay, ähm... Richtig. Die Taste... Ach, mit P kommt man in Hausmanagement. Ja. Die Taste Ende kannst du so über ARC mit K umschauen. Ah. Oh, ist das Skill-System? Ach ja, T gedrückt halten. Ich kann auch das Haus nicht umbenennen. Ach, krass. Mit Kuh kannst du die Waffe wegstecken. Das wusste ich. Ach, ich nicht. Ich kann aber den... das... 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 das Haus nicht umbenennen. Hm. Ich kann nicht mal irgendwie... Ach, warte. Hier. Du bist auf jeden Fall mein Admin jetzt. Okay. Oh, jetzt hast du da so ein Drachensymbol neben deinem Namen. Habe ich das auch? Äh, ja. Schon die ganze Zeit. Ach, du hattest das ja nicht. Und du hast ein Pentagram neben deinem Namen. Ja, du auch. Siehst? Ja. Äh, was ich noch wollte ist, äh, das Bett bauen. Ach ja. Schlafsack. Um zu gucken, ob wir damit was basteln können. Wir brauchen... Ach so, das habe ich ja jetzt eigentlich alles hier. Das hast du alles? Äh, ich muss es nur gerade zusammensuchen in den ganzen... Fehlstättchen nämlich auch noch und so Sachen. Wenn irgendwas noch fehlt. Wo ist denn jetzt das Bett hin? Ich war ja gerade noch hier. Hä? Oh. Eine Schwungtür ist das. Äh, das habe ich, das habe ich. Holz und... Oh. So, da ist das Bett. Wird noch gebaut. Objekt verwenden. Na, wo stellen wir es denn hin? In dem Busch. In dem Busch. In dem Busch. Respawn cooldown. Also, man kann hier spawnen. Ja, gut. Was auch? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber wie lang ist der? Zwei Minuten noch was. Das ist schon, äh... Geschädigt. Ja, das ist äh... Die Ecke hier, oder? Ne, ich glaube, das ist nur... Ich weiß es nicht. Irgendwas ist mit der Ecke. Ja. Vielleicht weil hier noch was steht, was wir nicht abgerissen haben vorher. Oder weil es im Werk steht. Das ist ja doof. Müssen wir irgendwann ersetzen, oder wie? Ja, wir bauen ja dann sowieso um. Irgendwann wahrscheinlich auf Holz, oder so. Ja. Oder auf Lehm, oder was weiß ich. Ja, ich hab ja noch jetzt, äh, für Mager was. Hast du noch, äh, Fell übrig? Äh, ne. Ich würd gern wissen, warum ich nicht irgendwas in diesem Dings weiterherstellen kann. Mösser. Ja. Ähm. Guck mal schon, 21 Barren, äh, Kupfer. Und vier Silbereisenbarren. Krasse. Und Fleisch kann man auch nur zu 50 decken. Willst du noch mein Rest Fleisch haben, oder hast du noch? Ich hab 10 Fleisch noch eingestift. 10, ist ja nicht so viel. Ja, ich hab grad etwas gegessen. Okay. Ach, du hast den Busch wegbekommen? Ja. Interessant. Wieso? Ich hab's nicht schön gekriegt, glaube ich. War hier jetzt noch Tee drin? Ja. Oh. Das bringt ja nicht so viel. Ich hab hier mal die Ecke repariert. Ja. Hier auch. Aber das Bett kannst du nicht reparieren. Noch nicht. Da muss ich jetzt eine Minute warten. Achso. Hier die ganze Seite ist beschädigt. Die ganze Reihe. Obwohl hier vorne auch noch. Ne. Nur die eine Reihe hier. So. Müsste jetzt alles erledigt sein, ja. Ja. Gut. So. Ist jetzt die Frage, wie lockt man sich aus? Ja. Ich denke mal genauso. Lock dich mal aus. Fuck. Ich hab Angst. Wieso? So. Zum Hauptmenü. Ah, warte noch. Fuck. was warum in der server ip also das ist jetzt du kannst aber jetzt bei mir auf rechtsklick spielinfo anzeigen da müsste die ip drin sein kannst du die noch raus kopieren damit man den zu den favoriten der welt dazu schmeißen der spielstart ist nicht verfügbar das ist gut ich konnte den nicht hinzufügen dreieinhalb stunden ich würde sagen hier setzen wir jetzt den schnitt ja und dann gucken wir mal wann es weiter geht